...und ihre Fahrzeuge rausgeflogen, unter anderem Max Mechler, Stefan Schulz, Enrico Jungs. Vorne kämpft Edessen Simon Lauter, Frau Jasmin Renat, die beiden Fahrzeuge jetzt in der Spitzkehre. Den letzten Lauf konnte der Simon Lauter gewinnen und jetzt steckt ihm die Jasmin Bonat im Nacken. Ja, der Angriff außen, Abgewährt von Simon Lauter, Abstand 2 Städte aktuell, Fahrzeug noch 3 Minuten 20. Auf Platz 3 fällt aktuell der Philipp Rischke, auch hier Max Mechler, 5 Christoph Nugesser und hier wieder der Angriff von Jasmin Donat. Raus auf die gerade, zur Schrittkehre hin, das sind die Fahrzeuge mit der Startnummer 1 und Nummer 6, da geht es um die Führungsposition in diesem Lauf. Und Jasmin lässt nicht locker, drückt mächtig. Und der nächste Angriff in das Dreieck hinein, aber da war der Weg zu lang, Abstand 1 Zettel zwischen den beiden Fahrzeugen. Ich weiß, dass Simon Lauter weiß genau, wie er die Linie eng zuhalten kann. Ich bin jetzt noch mal angekickt. Schnell, schnell, schnell! Die Helfer sind unterwegs, dass sie ihn wartet. Dankeschön! g'n Und somit der Philipp Rischke am Führungsposition Auch das